Liebe Freunde des Übersinnlichen, unser nächster Gast stellt Kontakte ins Jenseits her, löst energetische Blockaden und astrale Störungen. Sie ist die Meisterin der spirituellen Traumdeutung und esoterischen Karma-Beratung. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie das Medium Jolanka. Ah, oh, so, setzt mich in all das hin. So, ah. Nicht gucken. So. Äh, wen habt ihr denn da? Lauter gutaussehende Menschen. Ja. Oh, und so attraktische Herren. Ja. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Ja. Hatte ich nicht gedacht, extra schön für Sie heute Abend, ja? Ja. Viele Menschen mich ja auch fragen, Jolanka, wie du nachher, dass du dies so dunder, dunder schön. Okay. Nun, ich verrate Ihnen heute Geheimnis von Schönheit, ja? Können Sie nämlich kaufen, kostet nur 69 Euro und ein neues Duch. Wie du werden von Engerling zu Schmetterling in 20 Tagen, was? Hör mal, das ist ja keine Kaffeefahrt, was? Nein? Nein. Na gut. Dann, ich noch ein anderes Vorschlag. Sie alle können nicht rutschen an. Ja, Jolanka gibt auch Schönheitsdienst am Teller schon. Ja, kostet nur 4,98 Euro die Minute. Wow. Was? 4,98 Euro. Ja. Aber das ist ja teurer als so eine Telefonsex-Hotline. Woher du da bist? Irgendwo gelesen. Gelesen? Gelesen? Ja, ja. Warum du rufst teure Hortlein an, hä? Heimlich. Ich bin auch hot. Nein, ist gut jetzt. Na, keine Angst. Ich verrate Ihnen allen, dass du abends heimlich telefonierst mit Tanja Tornado. Woher weißt denn du das? Ich kann Gedanken lesen. Das glaube ich nicht. Ich weiß. Und ich auch weiß, was du willst sagen. Echt, das funktioniert? Du weißt die ganze Zeit, was ich sagen will? Okay. Kannst du das auch mit den Gästen? Natürlich. Ja, er mag gerne mal anschassen. Lass es bitte. Okay. Was kannst denn du noch? Alles? Ah, Jolanka kann alles. Karten legen, Kaffeesatz lesen, Astrologie und Urologie. Bitte? Nein, ich dich nur vergacker. Gott sei Dank. Ja, und Astrologie interessiert mich. Sternzeichen und so? Natürlich. Okay. Kannst du auch Horoskope erstellen? Ja, klar. Gib uns mal eine Horoskope. Komm, wir geben das. Ach, weißt du, wir machen so. Tass auf. Und da müssen Sie jetzt alle nachher mit, ja? Sie rufen mir ein Sternzeichen. Und Jolanka sagen Ihnen Eigenschaften. Wer fängt an? Steinbock. Steinbock. Ah, gut gedrült. Gut gedrült, ja. Steinbock ist sich sehr energischer Mensch. Immer der erste schreit in Menge. Sehr vorlaut. Hat sich noch eine starke Katerbehaarung. Okay. Noch jemand? Witter. Witter. Ah. Witter. Witter sind Künstler. Haben keinen Bezug zur Realität. Heulen sehr gerne, wenn Sie sehen einen traurigen Film im Fernsehen. Schlafen oft nach Geschlechtserkehr einfach so ein. Das ist Jolanka. Was? Noch jemand? Jungfrau. Schätzchen. Das klaust du doch selbst, nicht, oder? Noch jemand? Skordion. Skordion. Ah. Skordion ist sehr logischer Mensch. Hast Unordnung. Sonst fällt mir da nichts ein. Ist eigentlich sehr langweiliger Mensch. Noch einer? Löde. Löde. Ah, Löde. Löde. Das ist der Dieter Donasek unter den Sternzeichen, ja? Redet viel und schnell. Man hat das geschühen. Sie will in fünf Minuten alles erzählen, was sie hat im Kopf. Gelingt ihr auch meistens. Ist nicht viel drin. Ganz ehrlich, das ist ziemlich allgemeines Plapla, was du dann machst, ja? Kann ich auch mal? Du die Zisch. Ja, Zehnter, Dritter. Cool. Woher weißt du das? Das ist mein Scherz. Kann ich riechen? Ich hatte für euch noch gute und schlechte Nachrichten, ja? Welche ihr nicht zuerst hören? Schlechte. Die schlechte. Nee, du musst sagen, die gute. Also nochmal. Ich habe... Die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, hinterher, es kommen noch Nackttänzer. Ja. Uh, ja. Uh, uh, uh. Ja. Sowas wie die Chippendales. Genau, die Chippendales. Hey. Okay, und die schlechte? Was? Na ja, es sind die vier Tauchredner. Uh, ja, uh. Okay. Jolanka, Themenwechsel, was machst du noch so? Du bist doch hier irgendwie im Theater. Ja, Jolanka ist hier am Theater. Cool. Und was machst du? Ich achte immer auf die Dersetzung und verteile die Rollen. Boah, du bist hier die Regisseurin? Nein. Ja, was denn? Ich... Wer hat mir da den Gag kaputt gemacht? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, ja? Das ist ganz einfach, weißt du? Ähm, du, das ist so. Wenn Schildchen an Türen ist rot, dann ist der Setz und in jeder Kabine immer eine Ersatzrolle. Äh, du bist die Klofrau? Na ja, ich lieber sage dazu, Frau der Toilette. Klingt schöner. Aber er ändert nichts an der Tatsache, oder? Na ja, weißt du, seit es gibt diese Gugle, viele Leute gehen nicht mehr zu da sagen, woran das wohl liegt. Na ja, und ich jetzt mache Toilette ordentlich, ja? Und lese Münzen-Orakel. Cool, wie geht denn das? Also, wie die Münzen so in dem Tellerchen, dann kannst du die Zukunft sehen. Na, ist ganz einfach. Weißt du, je näher Münzen du legst im Tellerchen, desto ordentlicher und sauderer ist Toilette in Zukunft. Ja, ganz genau. So, ich gehe jetzt wieder zurück an meinen Arbeitsplatz, gell? Und immer schön dran denken, Händewaschen nicht vergessen, ja? Macht's gut, tschüss und einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.